Hallo Leute, wie geht's und wie steht's? Es geht weiter mit AvalonCode, juhu! Okay, ich weiß jetzt nicht welchen Weg, ich glaube ich bin links gegangen, ja stimmt, ich bin links gegangen. Warte, links. Ich gehe jetzt mal nach oben und guck mal den Weg da oben an, vielleicht ist da irgendwas anderes als irgendwas. Bestätige alle Schalter. Ey, was zur Hölle, wie weit... Ähm, okay, diesmal weiß ich ja die Lösung und die ist simpel. Ähm, so. Ähm, ja. Verdammt, okay. Ich muss jetzt gut überlegen, was ich jetzt mache und was ich nicht mache. Warte, das ist hier. Ach, fick dich doch, wieso bin ich nicht gleich darauf gekommen? Okay. Geschafft. Wieso bin ich nicht gleich darauf gekommen? Mann, 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 Mann. Ich kriege Bronze, ist klar. Ich habe meine Unfähigkeit, kriege ich Bronze, Bronze. Und noch einer von diesen komischen Staturen. Aber wie soll... Wie lange soll ich eigentlich hier rumgammeln, verdammt? So, so, so. Aber wie lange soll ich hier rumgammeln, verdammt? Betätigt alle Schalter. Okay, das ist ein leerer Raum. Da gibt es nichts, außer... Verdammt. Ich mag das jetzt nicht schon... Ich mag das jetzt schon nicht. Ich mag das jetzt schon gar nicht. Ähm. Ähm, okay. Das zerstöre ich muss... Ich muss das zerstören, meine ich. Okay. Ähm, ja. Ja. Und... Verdammt, wie soll ich das denn schaffen? Kann das mir einer erklären? Weil ich verstehe es jetzt nicht. Oder ich bin gerade momentan ein bisschen dämlich drauf. Ähm... So. Okay, da muss ich stehen. Aber wie soll ich das hier hinschaffen? Soll ich diese Teile hier benutzen, oder was los? Achso, ich soll die Teile hier benutzen. Okay. Okay. Verdammt, die Zeit ist sowieso schon abgelaufen. Okay, töten lassen. Juhu. Aber wie zum Teufel soll ich das denn schaffen? Verdammt. Betätige alles, schalte... Ja, Zeitlimit so, so. Ach, verdammt. Wieso... Wieso... Wieso kann ich... Ich höre auf alles. Manchmal kann ich mir selbst eine klatschen. Wenn ich so dämlich nachdenke. Wieso... Wieso will ich unbedingt den da unten machen? Das weiß ich gar nicht. Wieso eigentlich? Verdammt. Leck mich doch. Warum bin ich nicht gleich drauf gekommen? Mann, ja, Gold habe ich. Was, Silber? Hm, okay. Ach, wieso bin ich nicht gleich drauf gekommen? Leute, sagt es mir. Wieso bin ich nicht gleich drauf gekommen? Ach, stimmt, du. Wenn ich nur Taurus irgendwas... Wenn er sieht, dann... Hm. Okay. Wir können jetzt nach oben gehen, aber ich will irgendwas noch nachgucken. Was da unten gab's? Hier. Und... Da... Wieso wollte ich den da unten eigentlich machen? Vielleicht haben sie gleich dabei gedacht. Ja. Wenn sie sehen, dass ein Stein in der Nähe von denen da ist, muss das heißen, dass es das ist. Oder sie kannten mich. Hm. Oder sie kannten mich. Und für meine Vorliebe für unten. Okay. Was gibt's hier? Ein leerer Raum. Anscheinend wohl... Nee. Ähm... Was stand denn genau grad? Ich hab nicht gelesen. Verdammt. So, 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 so. So, 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 so. Okay, das haben wir jetzt gemacht. Ich glaube, die kommen nicht mal wieder. Dämlich muss man sein. Nö, 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 nö. Dämlichkeit tut weh. Dämlichkeit tut weh. Und so. So, 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 so. Oh, das ist so ein Männerschaden. okay was zum teufel hat hier so viel zeit ach du heilige scheiße ich habe so viele punkte ich habe über den limit gut so sein ja ist klar seine stufe ist es ist klar das ist klar dass sie aufgestuft ist okay okay wir können jetzt sie können ja nicht dadurch okay anscheinend geht es wohl nicht anscheinend geht es wirklich nicht dann muss ich wohl nach unten und den geheimgang da benutzen oder den weg da blitzmeldung jetzt in der arena west wind pokal der entscheidung jetzt in der arena west wind pokal der entscheidung okay ich hab's verstanden betätige alle schalter wo zäule okay ich komme gerade von da ich denke mal das ist der richtige ja ach so doch okay da geht jetzt bis dahinten hin oder ja ist jetzt muss der irgendwo was zur hölle ist jetzt los leckt mich leute ich gehe so der kommt dann irgendwo hier raus ja ich wusste es und der kommt dann auch irgendwo hier raus warte 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 ich muss jetzt gut überlegen wenn ich den jetzt hier mache verdammt verdammt ach fick dich ins knie kommst du ja wieder her ja oder nein ja dankeschön boah wie soll wie zum teufel soll ich das denn scha- ach so ich hab's schon ich hab die lösung schon gesehen ne 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 die steuer auch die zeit ist sowieso abgelaufen okay so ok was mache ich da aber egal ok ähm gesamt 100 war nicht meine beste leistung aber wenigstens eine leistung ich verstehe die höhle gar nicht mehr wieso bin ich jetzt von rechts gekommen und was soll ich weiß es nicht mehr so um was geht es denn für nicht alle ziele stand da ok ok so ok so muss hier auch eins sein nein ist klar die verarschen mich ja richtig ist klar ich verstehe die hülle gar nicht ich sag's euch leute ich verstehe die gar nicht so was ok wozu soll ich denn so man sieht gar nicht wo die sind diese scheiß kisten ok jetzt geschafft aber trotzdem 0 ja ich weiß ich weiß ich krieg noch bronze ok und der entscheidet der erscheint ja genau vor uns oder neben uns so 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 ok ich gehe mal den weg jetzt runter und ich weiß gar nicht warte wenn das jetzt so groß ist dann müssen die die jetzt noch kommen boah denn wir sind die riesengroß aber nicht vergessen die entscheidungskampf machen ja noch aber ähm achso hä ok nach elf kommt 13 ist klar ist dir klar ok warte mal wie bin ich ach verdammt ich krieg auch schmerzen von diesem spiel die logik in diesem spiel boah warte ich kann eigentlich von da unten warte komme ich an einen anderen stage wenn ich da unten gehe nein das ist trotzdem war es unlogisch aber egal ich gehe ich gehe einfach nach oben ich gehe einfach nach oben und vergesse alles was ich gesehen habe warte entzünde alle fackeln ok ich bin gleich beim mh 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 so hab ich es geschafft hast du so ist das so ein spiel ist das ok wieder das gleiche spiel mit den bomben warte die inzünden gehen die machen trotzdem feuer oder verdammt ich bin da so unsicher ok lass mich in ruhe waffen schwert boah wechsel schneller schneller meine zeit geht auch noch flöten verdammt hä so klappt das nicht ok wieso zum teufel klappt das nicht so 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 hä ok dann muss ich mal ein bisschen was ändern waffen bumm achso das hat das wald element in sich verdammt ok charaktere ich muss jetzt das feuer element suchen nix rempo nix so man oh man oh man ich bin voll in hektik ähm scheiße ah den kann ich was verpassen das hier das hier und ich krieg das feuer element dankeschön ist klar und waffen bombe bombe so nix weisheitsbombe ok jetzt bist du so eine bombe verdammt ok so und wir sehen uns das nächste mal und da habe ich schon die ganze schalter aktiviert tschüss